Und da kriegen wir dann was Tolles. Aber ihr werdet es dann sehen, wenn wir da sind. Hilfe! Einbring mich! Hilfe! Einbringlicheinheiten einsatzbereit. Zur Hilfe! So. So. Kuckuck! Abhol jetzt im Schweißesaal. Waffen scharf machen, Brüder. Wir sind nicht alleine, Brüder. Achtet auf Anrufe! Hier weg. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 3. So. Okay. 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 Möglicher Eindringling. Störung im unteren Geschoss. Offener Hof. Störung im unteren Geschoss. Offener Hof. Möglicher Eindringling. Störung im unteren Geschoss. Offener Hof. So. 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 so gehen wir ganz nach oben gut was für ein tag aber erst will ich diese bücher lesen dafür muss ich wieder ins schloss zurück und hier irgendwo ist das dann ich muss ja nicht wirklich was befürchten die typen haben ja nix drauf weitere patrouillen verloren chemieeinheiten stellung beziehen und los geht's aha möglicher störfall zweites stockwerk in der nähe der großen bibliothek großen bibliothek das geht gut irgendwas stimmt hier nicht mit keinem auch Da haben wir es. Das habe ich gesucht. Ah, das neue Lasergewehr. Das rockt jetzt ordentlich die Bude. Das wollte ich nur haben. So, jetzt zurück in den Speisesaal. Wo immer der jetzt auch war. Aha. Möglicher Eindringling. Störung im unteren Geschoss. Offener Hof. Möglicher Eindringling. Störung im unteren Geschoss. Offener Hof. So, hier ist der Speisesaal. Ah. Pass auf jetzt im Speisesaal. Waffen scharf machen, Brüder. Mhm. Ich halte die Augen auf. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Danke, dass ihr uns befreit habt. Nacht. Oh, ja. Da hätte man überraschend in die Tür geklappt. Was, um die Sache zu erledigen. Hier. Ja, gut. Schlafenszeit bei uns. Schlaf ich das noch in diese Sequenz? Nein, glaube ich nicht. Deshalb mache ich jetzt hier einen Cut. Dramatit. Einen halte. Vielen Dank.